Willkommen zur nächsten Folge. Diebstahl bei den Bibern. Einsatz hinter Lebensgefahr. Und wer jetzt meint zu lachen, weil die Hamster ja so niedlich sind, der wird sein blaues Wunder erleben, wenn das es selbst mal ausrauben geht. Die Panzerknacker sind scheißdreck dagegen. Ja, also das ist übel. Also das ist echt übel, diese Beißkraft. Ich glaube, die haben sogar mehr Beißkraft als so ein Scheiß-Wolf, ey. Das kann schon sein. Wie die, nein, das ist nicht mehr normal. Allein denn ihr Verhalten gehst am Damm und dann kommen 20.000 Dinger auf dich zu, egal von wo, ey. Warte mal, ich stelle den Burschen mal eben auf Passive, das habe ich nämlich vergessen. Was mache ich für... Passive, weil sonst fliegt er dir nämlich weg und dann bist du tot. Ja gut, und bei deinem Guten solltest du das jetzt zweimal überlegen. Aber hier ist ja recht klein. Du kannst dann im Notfall aus der Luft kannst du ihn ja zu dir folgend rufen, ne? Ja. Erstmal spiele ich das Opferlamm, aber die greifen selten die Reittiere an. Meistens... Also, den Dieb. Ja. Vor allem, die haben es richtig geil. Hier habe ich... Ah, da vorne. Ich habe... Hier habe ich mit dem Alpha gekämpft. Und hier sind die Hütten. Drei Stück perfekt nebeneinander. Oh, da hinten sind noch mehr Hütten. Ja, hier ist noch eine. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal die naheliegenden Biber graben und wo absetzen. Ja, warte, warte, warte. Ich sage dir gleich Bescheid. Ich will nur das Level hier schnell checken von dem. 48. Wie sieht es bei dir... Warte mal, da ist noch einer. Level 12. Warte, ich packe den mal und schiebe ihn mal ganz weit weg. Und warte noch mit dem Klauen, bitte. Ich bin schon am Klauen. Wie? Scheiße. Ich habe vergessen, ich kann doch nichts heben. Hui! Der erste Damm ist leer. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 573 Zementpaste, 11 Blumen und 39 Peranen. Nimm den mal mit hier. Pack den und flieg den mit weg. Ja, wenn ich ihn finde, nehme ich ihn mit. Hast du ihn? Ja, ja. Nice. So. Der ganz rechte ist leer. 47 Perlen, Alter. Nimm nicht das Holz, du bist so schnell überladen. So, ist überall nur noch das Holz drin? Alle drei hast du leer? Und den einen hast du leer gemacht, oder? Ja, ja, einen habe ich leer gemacht. Da ist nur noch Holz drin. Ich muss das Holz sogar hinterher trocken. Warte, ich gucke nochmal rein, ja. Holz habe ich drin gelassen, so jetzt muss ich zum nächsten. So, dann lasse ich den hier schon mal weg. Ich mache dann die Flughut und mache dann, wenn einer kommt, greife ich mir den. Da kommt schon der erste. Hep, hab dich. Das kannst du echt nur... Hoppa, leer. Kannst du echt nur im Team machen, die hier auszuräumen. So, Ausbeute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 1300 Zementikpasta, 47 Perlen, 60 Pilser, 53 Zementwareflowers. Warum haben wir nach Perlen getaucht? Ja, ich habe ja nicht gewusst, dass die direkt hinter dem Haus sind, die Dämme. Wir suchen mal mehr Dämme hier. Ja, mache ich auch. Das ist so ein geiles Gebiet, ey. Aber ich sehe keine Dämme mehr. Ja, wenn noch mehr. Ja, der Dinospawn ist recht einfältig hier. Das ist halt bei 100%. Spawn halt echt alles und... Alles hier, ja. Nur in einer kleinen, geringen Zahl. Ja, das habe ich auch schon gesagt. Das muss ja einen Tick höher drehen vielleicht. Ja, um 0,5. Das reicht aber auch schon. Aber ich bin gerade irgendwie zufrieden, sodass so wenig los ist. Ja. Deswegen sage ich ja, 0,5. Das würde schon vollkommen reichen. Oh, Stamina zu Ende. So, da ist wieder diese Bucht, Alter. Wenn du da drüber fliegst, ist es... Ja, hat sich doch gelohnt. Und hat funktioniert. Wenn da nicht tausend Biber sind, kann man dazu arbeiten. Ohne die Biber zu töten sogar. Richtig. Kannst ja einfach in der Luft halten. Und eingetamed. So, warte mal, lass mal mit dir drüber durch das Waldgebiet hier ein bisschen fliegen. Die bauen wir irgendwie nicht direkt am Strand. Die habe ich, glaube ich, jetzt festgestellt. Die gehen lieber eher auf die Landschaft. Ich kämpfe mit dem Alvan, sie hat echt scheiße, mit da ein paar Dämme. Ja, aber erstmal reichlich Cementing-Paste. Und wenn wir Glück haben und die bestücken die wieder neu, können wir regelmäßig plündern. Wenn die das endlich wieder hinkriegen mit dem neu bestücken. Okay. Kämpfst du? Nö, der Kano meinte, Stress zu machen. Oh, die Stegos haben gerade einen Kano zerlegt. Da wollen wir uns doch mal glücklich tun. Ja, direkt Level ab. Für ein angeschlagenes Kano. Das nehmen wir doch mit. Gerade das Fleisch. Die bluten ja alle wie sauernd immer mit. Das ist noch ein frisches Kano hinter dir. Ja, zweite Level ab. Oder war ich das jetzt? Ach ja, ich habe es nicht vergeben. Also ist der Sound für mich gewesen. So, jetzt muss ich aber Stamina tanken. Sonst macht der Vogel einen Satz. Ja. Ja, das war für mich. Du mal, das ganze Zeug in den Vogel rein. Habe ich schon Dreck gemacht. Wenn ich vom Vogel falle, dann ist es wenigstens in ihm. Der hat schöne weiße Fesseln. Ist nicht schlecht geworden. Ah, hier ist er eiskalt. Oh, ein Rexi. Das wären die Bieber echt ihren Damm. Wenn man den nicht komplett leer plündert. Mit den neuen Stücken. Ja, wäre schön. Ein Bieber ist weniger. Drei Stücke waren es oder so. Also ein Pärchen baut zwei Dämme. Habe ich festgestellt, als ich die eingesperrt habe. Die haben ja direkt in der Base vom Party zwei Dämme gesetzt. Aber ich finde, du weißt, was ich nicht so krass finde? Das ist, was der Übertrieben überladen da drin ist. Ja. Wenn man ein neues Ding einfach hinrennt, schnell plündert und probiert wegzurennen und kommst weg, hat er übelst viel Material. Pause. Allein auch der ganze Holz-Shit, der da drin ist. Da ist ja eine Menge Holz. Also das Ding einmal geplündert. Du stehst verdammt gut da. Aber vielleicht erklärt das auch das, dass demnächst alles teurer wird. Die ARC-Entwickler machen nur alles schwieriger, nicht leichter. Guck dir das mal an, wenn du herausfliegst. Da war ich vorhin mit dem Hai. Ist doch hier, ne? Nein! Doch! Da hinten wohnen wir. Da! Nein! Drück mal M, Alter! Wir wohnen ganz links. Mhm, okay. Dann lassen wir wieder oben auf die Landschaft. Wir fliegen oben, da hinten einen Bogen. Alter, also der Vogel hier ist ja echt wild schön, ne? Schwarz und weiße Krallen. Die richtige Crow. Nice, nice. Ja, das war der erste Agentar, bis der nicht geteilt hat. Dann hatte ich keinen Sattel dafür. Und dann hat mir der Admin einen Sattel gebaut. Aber wir mussten erst auf seinen Kollegen warten, weil sein Kollege hat den Sattel ja gelernt. Ah, cool. Ja, weil er hatte nur den Bronno-Sattel-Indus. Und dann habe ich das Ganze mal... Ah, Level 8. Was hat der? 4. Okay. Ich weiß, ich muss weg. Ich habe keine Star-Wena gleich. Ich habe einen Schiff. Kannst du mich fragen? Nö, das ist noch einer. Da ist er nämlich. Der greift mich jetzt doch an. Scheiße, komm schnell. Komm, komm noch weg. Das Krabben frisst unheimlich viel Stamina im Moment. Das habe ich auch gemerkt, als ich die Biber gecheckt habe. Mit dem 212er, äh, 211er Argentavis. Ey, so schnell war die Stamina weg. Hier der Flughafen vom René. So schnell war die Stamina weg. 10, 12 Mal gegrabt, um zu gucken, welches Level und schon Ende. Da haben die wieder dran rumgedreht. Aber es ist mal entspannt ohne Drachen, ey. Es ist mal ganz anders. Ganz, ganz anders. Nicht mehr der Herr der Wildnis. Ach ja, und den, der sich fragt, ob da noch mehr geht. Options. Das ist es. Also, Shigo sieht wirklich so aus. Und ich finde, Bild schön. Besser als The Island. Das ist richtig geil bearbeitet, ey. Das ist richtig geil gemacht. Der Boden ist richtig miteinander. Da ist alles richtig belegt. Das ist nicht wie auf Valhalla. Hast du manchmal so freie Flächen, wo kein Gras ist. Hier ist alles optimal. Das ist nicht so. Ich wollte eigentlich nur die Bären und den Tiger. Ich habe nur noch den Zipfel, obwohl ich einen Tiger gequillt habe. Ich wollte die Bären haben. Da sind immer Bären drin. Die kann man essen. Und die kosten nichts. Tiger. Ach, das ganze Fleischfresserzeug. Da sind immer Bärchen drin. Jod. Stamina wäre wieder da. Guck mal an, wie die Klippen hier allein schon aussehen, wenn du da vorguckst. Ja, richtig mit Erosion und so. Und der Schick. Ich weiß, ich weiß eigentlich auch. Wo bist du denn hin? Wo bist du? Ich komme zurück. Ich bin auch da oben. Ich sehe den noch nicht. Hast du mich gerade nett gesehen? Nee. Rall. Lass mich sehen. Ich bin extra auf sich zugeflogen. Ich bin immer noch da, wo ich die Klippen runtergucken sollte. Und ich sehe den Eisberg in weiter Ferne. Ja, jetzt sehe ich dich. Ah, jetzt weiß ich warum. Vor den Klippen bist du kaum noch zu erkennen. Das ist Tarno, hallo? Ja. Wir fliegen mal zu dem Berg jetzt, ruhig da drüben. Ah, der Dodo. Du hast keinen Pingpong mit dem gespielt, Alter. Ich wollte eigentlich einen Opfer-Dodo mitnehmen. Aber Level 10 ist doch ein bisschen wenig. Da musst du ja was aushalten. Ich habe echt so richtig weiße Füße. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Guck dir mal an hier. So, warte mal. War das hier? Nee, da. Nee, nee, das war das nicht. Boah, ist das so ein einzelner Berg, der hier vor uns ist? Ist der freistehend? Ja, ich glaube schon. Der ist doch perfekt für eine Base. Aber ist doch safe, ey. Attackiert. Ja, mit Stark jetzt da. Urrrr, sobald sie da sind. Ja, pass mal auf, fliege mal rechts lang. Und guck mal davor auf die Wiese. Die Wiese ist halt nicht so eine gerade Ebene wie bei den ganzen anderen Längern. Siehst du das? Hm, hm. Nö, ich weiß jetzt nicht, was du... Ab da oben? Komm mal hoch. Ich weiß noch nicht, was du meinst. Ja, in die Richtung, wo wir fliegen. Der Hang, wo dann zu hoch geht. Ja. Die ganzen Wellen da drin. Richtig. Mit dem Nebel, der über die Wiese zieht. Ich habe keinen Nebel über die Wiese. Ja gut, jetzt nicht auch noch mehr. Das war einfach nur, wo ich zweitweg war. Scheiße. Ey, der Berg steht echt freistehend. Der ist freistehend? Nee, der ist doch hier angeschlossen, oder? Ja. Ah, nee, das ist... Nee, da ist die Base von... von... von der... Pass auf, komm mal mit hoch. Ja, ich bin unterwegs. Und der hat gesagt, die Base ist riesig. Riesig, aha. Hast du dir mal von unserer kleinen Burg erzählt? Ja, habe ich, aber... Er hat gesagt, das ist riesig, der näher der Base. Nö. Die ist okay, ja, aber riesig ist was anderes. Ah ja, mit denen haben wir also Coop. Das sind die Einatmen da. So, jetzt Coop-Frage. Und guck mal, die Brücke haben sie nice gemacht, ey. Am Blick. Okay, Coop-Frage ist geklärt. Ja, kannst nicht in die Viecher drauf, oder sonst... Ja, ganz genau. Da ist die Brücke rechts. Ja, die ist... Wofür jetzt diese Sealing, nicht Sealing, Sealing, nicht Sealing. Das weiß ich zwar noch nicht, aber... Ähm, die müssen da noch Pillars hinsetzen nach unten. Die machen, wollen die breiter machen, dass du den Brondo rüberpfeifen kannst, weil der so langsam ist. Ah ja, okay. Ja, warum nicht? Ja, die ist echt mal... Oh, da gibt's ein Schild. Das hat eine Kauze, aber da hat überall Schild dahingestellt. Hä? Sound not pace? Nee, ist klar. Na, wenn's passt. Das ist so ein schönes Fleckchen, ey. Oh, hier sieht die Wiese auch richtig geil aus, mit den Steinen da drin und so. Ja. Das ist echt viel schöner. Ja. Bist du das, oder ist der wild? Ich sitz da. Ach nee, der ist wild. Komm zu dir. Ja, ich seh dich. Oh, ein hübsches Böschchen. Stamina-Recken? Nee, ne? Noch nicht, nee. Platz 2. Dann machen wir da hoch. Das wird dann Karten, 2 Karnos. Crystal! Ja, haben wir uns auf dem Berg achtet, du. Ja, jetzt darfst ein bisschen lachen. Ich bin das erste Mal hier. Schon vorbei. Oh, da ist ein Verquenz, Alter. Ich hab alles dabei zum Thamen. Level 1. Nee. Level 1. Den muss man doch aus Prinzip darunter holen. Level 1, ich fass es nicht. Also, für alles, die ich glaube, wir gehen nochmal nachgucken. Alter, der ist Kühlrappen. Na, der ist Kühlrappen, Schwarz und Lüge. Grau, Schwarz. Level 1. Tatsächlich. So was gibt es, Alter. Das ist kein Mythos. Den müssten wir nochmal töten, dass ein neuer spawnen. Ja, aber den kriegst du nicht. Ja, das ist ja... Na, ich... Nee, ich komm nicht hin. Nee. Aber Level 1 ist so... Eigentlich müsste man den Thamen und sich da hinstellen. So schlecht Thamen wie möglich, damit er auch hier auf Level 1 bleibt. Wie sind du? Da hinten. Ich bin doch hier. Hier. Jetzt könnten wir aber mal kurz Stamina recken. Ja, deswegen stelle ich mich hier oben gerade hin. Ich hätte jetzt vielleicht doch den anderen schwarzen Vogel nehmen sollen. Als Opfervogel, wenn er draufgegangen wäre, wäre das hier weniger schlimm. Alter, lauf mal hier vor und guck dir mal den Ausblick an. Ich hab ganz vergessen, wie majestätisch die Argentavis da aussehen, wenn die laufen. Mit den Flügeln hinten, das ist so... Guck dir den Ausblick an. Alter, schau. Und da drüben rechts, wenn du rüber guckst, dann wäre der Schneeberg, der so... Ja. Ebt, das ist der Vulkan. Okay. Und an der rechten Ecke von dem Vulkan, also ganz rechts, wenn du auf den... Ab da, wo Schnee anfängt, ne? Mhm. Ist da so eine Mulde drin. Sie sieht aus wie eine Mulde. Ja. Und genau da steht die Holzbase, wo ich in den Schnee gestellt hab. Okay. Dem Brondo, Ankylo und... hast du nicht gesehen. Ah. Und weiter geht's. Da hängt jetzt ein Drop in dem A gleich mit. Und... Wie geil das einfach aussieht. Oh, da... Ja, genau dahinter müssen wir fliegen. Und guck mal hier rechts, den Felsen, wo ich gerade drauf zufliege. Da ist sogar ein Baum auf den Felsen oben drauf. Haha, cool. Der ist nicht so nackig wie bei uns immer. Sondern einfach ein Baum drauf. Level 1er quetzig. Ich glaube, ich spinne, Alter. Hab ich auch noch nie gesehen. Ich auch noch nicht. Level 1er quetzig. Weißt du, was du auf den... auf den Fels nochmal machen müsstest? Mit dem einen Baum? Da fliegen wir jetzt einmal hin und tanken Stamina. Und ich dann... dass wir da rüberfliegen. Ja, guck mal an, wie das hier im Wasser aussieht, ey. Da haben wir eine Erhebung mittendrin, ey. Hm. Alter, das sieht geil aus, dieser Baum. Ja, so ein bisschen wie von Karate-Tigern, ne? Der Bonsai. Da steht eine Schildkröte auf dem Berg. Nee. Da steht eine Schildkröte auf dem Berg. Ach, hör auf. Da steht eine Schildkröte auf dem Berg. Da steht eine Schildkröte Glaube ich dir nicht. Da steht echt eine Schildkröte. Da ist eine Schildkröte auf dem Berg. Ich fasse es nicht. Und die hat auch noch Level 9. Ja, Mädchen, du hast dir den Weg hier hochgearbeitet. Komm mal runter. Tschüss. Das ist mies, ey. Das ist Brondo da unten. Jetzt kannst du den Weg nochmal machen, wenn du unbedingt hier oben bist. Da unten steht ein Brondo. Noch der da. Na, die Schildkröte bereut es jetzt. Ja. Er ist auch ein schöner Platz, um sich aus der Affäre zu ziehen. Ja, hier ist so eine Foundation aufgestellt. und eine Holzbank und ein Lagerfeuer hingestellt. Ja. Ja, ja. Und den Baum würde ich nicht fällen. Nein, auf keinen Fall. Dann sieht der Fels zu hässlich aus. Oh, warte mal. Was ist das denn da? Ey, der Vogel ist ja doch schnell. Herunter. Guck dir das mal an. Boah, die Koralle. Und, 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 und. Mitgedacht. Mitgedacht. Landbar. So, warte mal. Da lang geht's. Da lang geht's. Enten kommt vielleicht meine Oase. Meine Oase. Da will ich ne Base bauen. Warte mal ganz kurz. Ich möchte mal den Bloom-Effekt abschalten. Dann kriegst du hier einen an der Backe bei. R Punkt. Bloom. Quo. Das Glänzen oder was? Ja. Q, U. A, L. Die? Meine Flügel Glänzen. Nee, jetzt blendet mich die Sonne nicht mehr und das Reflektionen sind weniger stark. Auch vom Wasser. Ist viel schöner. Wenn du direkt in die Sonne kommst, ist immer noch ein Problem. Aber wenn du aufs Wasser guckst, das wirkt noch etwas natürlicher und nicht so hart spiegelt. Jetzt sieht man noch die einzelnen Sonnenstrahlen. Ist schon besser. Ja, gegen die Sonne hilft es nur wenig. Wir müssen da noch ein bisschen weiter. Mal versuchen, zurückzustellen. Boah. Du bist ja fast blind bei. Aber die Schattenfehler hören auf. Okay. Gut zu wissen. Nee, die sind trotzdem noch da. Okay. Au, aber stärker. Das musste. Das musste stamina-decken, glaube ich. Ja. Aber bessere Namen als Joe ist dir nicht eingefallen. Das war einfach so Standard. Ich wollte eigentlich wieder Käse machen, aber hat total verrafft. Ich heiße Olli. Okay, weiter. Ach, sowas hier. Solche Details, wie wir gerade drauf zufliegen. Einfach so ein Baum da bei der Felslandschaft drin. Das ist krass, ne? Vor allem nicht ein stinknormaler Baum, einfach ein richtig geiler Baum. Auch noch ein Karger. Ja, einer, der ziemlich nicht viele Äste hat und so. Gibt ja auch nicht viele hier. So, und jetzt pass auf. Jetzt kommen wir hin. Nein, wir müssen noch ein Stück weiter. Boah, geil. Der Nebel auf der Bergspitze kommt. auch gut. So, jetzt lande hier. Ich muss erstmal was sehen, die Sonne. Jetzt guck dir diese Bucht an. Ich kann leider bis unter das Wasser gucken, das sieht scheiße aus. Sieht grad mega scheiße aus. Wie und wie guck mal was. Ja. Da links sehe ich, dass das Wasser da tiefer abgeht und so. Ja, das meine ich ja. Das ist einfach noch nicht kackt. Wir können ja weiter vorfliegen. Das ist ja, dass es drunter geht, ins tiefe Wasser. Aber es ist halt alles so milchig und mir ist es blau. Ja, ist blau, aber links ist alles so milchig wegen der kack Sonne und den Nebel. Und ich habe auch noch leichte Grafikstörungen da links, wo ich jetzt drauf zufliege, an den Baumwipfeln. Bilden sich so Quadrate, das sind Schattenfehler. Aber das ist immer noch ein Fanprojekt, das haben nicht die Entwickler gemacht. Richtig. Wo bist du hin? Ach, da oben. Weißt du, was ist, 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 was ich hier grad sehe? Bist du? Hinter dir. Direkt hinter dir. Coco, Mann, siehst du das grad, wo ich drauf zufliege? Sieht aus, ob es von da oben so einen Weg runterführen würde. Also an dieser Stelle möchte ich echt mal sagen, der Shigo-Entwickler, saubere Arbeit. Ja. Gibt noch immer noch Verbesserungen, gibt immer jemanden, der irgendwas zu mekeln hat, aber das Ding ist eigentlich affengeil geworden. Wie viele Pilze und Drogen muss man sich eigentlich einschmeißen, um so eine Insel zu entwerfen? Ja. Wahnsinn. So viele Details, dann hast du nicht gesehen, dass es wahnsinnig ist. Dauerbesoffen oder Dauerstone, anders geht das doch nicht. Wo bist du hin? Ich stehe mitten beim Wasser, wo die Felsen daraus lagen. In der Bucht drin. Und ich komme wieder hoch. Nein, Joe. Ich bin jetzt auch unten am Strand. Immer noch kein Joe. Ah, da ist Joe. Hier, wo die Felsen daraus lagen, da war ich. Ich war auf der Spitze da gestanden. Ja, da kann man auch mal wecken. Echt nice. Allein das hier, so mitten im Meer, weißt du? Da kannst du dir... Ja gut, das Wasser ist nicht tief genug außen rum. Sonst wäre das echt ein perfekter Hafen. Mit No-Collision-Mod kannst du hier perfekt drum herum bauen. Hör mal, du Ferkel, wir sind auf Sendung. Kack hier nicht alle fünf Sekunden rum. Guck mal hier ins Meer, auf dem Wasser, wie der Schatten von den Felsen. Ja, das ist normal. Vor allem hier ist das Spiegel klar, deswegen ist es der ideale Platz für eine Base. Da schwimmt ein Dodo unter uns im Wasser. Was? Ja, hier ist Dodo. Wo ist ein Dodo? Wo ist ein Dodo? Machst du jetzt den Dodo-Rettungsschwimmer? Das ist gar nicht so einfach. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Ah, ich habe ihn. So, jetzt machen wir den Move. Pass auf, ne? Pass auf, ne? Mann, ich wollte mit dir jetzt einen Move machen. Ich wollte dich jetzt packen über deinen Vogel. Warte mal, ich mache jetzt einen Move mit dir. Ja, warte, dann muss ich erst mal den Vogel loswerden. So viel zum Thema Move. Ja, warte, ich packe dich, ich kriege das hin. Dein Vogel, der drückt mich immer raus. Jetzt habe ich dich. Vom Vogel gegrabt. Jetzt drück mal U. Vom Vogel hast du gegrabt. Drück U. Ich werfe dich jetzt über deinen Vogel ab und du setzt dich drauf. Du triffst doch nicht. Beilig. Wir machen den Move jetzt. Ne, das ist immer noch einen Kilometer daneben. Wow. Sag ich doch, du triffst nicht. Aber jetzt habe ich es ausgecheckt. Jetzt weiß ich, wo du hinfliehst. Jetzt kann ich einfach die Richtung verändern. Ich sag doch, du triffst nicht. Na, das ist zu weit. Oh, geil. Die Sandbank mitten im Gewässer ist auch nicht schlecht. Rechts, 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 rechts. Jetzt fliegst du gerade drunter. Du bist viel zu weit weg vom Vogel. Ich dirigiere dich. Was war denn jetzt denn? Scheiß Delfine. Hast du Fleisch dabei? Die Tamer. Ja. Alter, guck mal hinter euch hier. Guck mal hinter euch hier. Scheiß. Alter, die müssen wir mal alle tamen. Ich gehol mal Fleisch aus dem Vogel raus. Die tamen jetzt alle. Der erste ist schon im Taming. Der auch. Der auch. Der auch. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich auch nicht. Oder kaum. Ich hab bloß gar Fleisch auf der Null. Einmal frei. Jetzt lass mich mal bitte zum Vogel. Ey, was ist das? Die sind doch schon alle angetilmt. Die sind schon angetilmt. Ich klicke nur noch eh im Drehen. Ja. Ich hab nämlich gerade noch mehr Fleisch raus aus, mein Vogel. Da ist noch einer ohne Fahrschein. Wer will nochmal. Alter, guck mal da hinten im Wasser. Der Coal. Nee, das ist kein Coal. Das ist so viel. Alter. Alter, das ist so geil. Alter, da kommt echt Rudel Delfine. Ich fass es nicht. Wir wollten retten. Ich wollte die Rettungsschwimmer. Der Delfine, wo geht der, kommt. Boah, ich muss mal Luft holen. Und jetzt stelle mal hier die Burgfoundation drin vor. Boah, übel. Aber die Pillarfoundation, damit man nicht mehr im Wasser säuft. Ja. Das ist ja jetzt der andere Vogel. Ah, da. Mal ganz kurz draufsetzen. Ich muss das Eten. So. Ah, die nehmen wir jetzt mit. Oh, der Dodo ist killet. Warum schwimmt ihr denn alle weg? Kommt mal her. Komm her. Die schwimmen jetzt näher zum Rand, damit ihr die einfache erzählen kannst. Die machen komische Moves, ey. Kopf im Sand, stecken und drehen. Guck, der macht, steckt den Kopf ins Hand und dreht sich. Das ist ein Delfin-Strauß. Na guck mal den kleinen Kaul an. Ein Strauß-Dophin. Mäh, ich konnte nicht kre... Ja komm, es ist ja feine. Hier sind Trilobytes, alle. Jede Menge Trilobytes. Mh, ich sehe es. Das ist auf Trilobytes. Wir haben ein Bibertämmel. Wollt gerade sagen. Pass auf, der Bibertämmel hat dann daheim gebaut. Zehn von den Dinger, alle randvoll. Irgendwie machen die... Der Fieh nämlich kein Kierre, ey. So, dich behalte ich jetzt im Auge. Du bist nämlich fast fertig. Primey, du das? Nee. Ach jo, stimmt. Ah nee, haben wir nicht mehr, oder? Nee. Das gehört nämlich. Ja, kackt er hier ins Wasser. Kein Wunder, die Delfine weglaufen. So, kümmern wir nicht mal um die Delfine. Ich setze mal schnell auf meinen Vogel und probiere mal rein mit anzukriegen, dann haben wir das nämlich gleich fertig. Wir hauen irgendwie alle ab. Ey, Delfi, bleib mal hier. FMS Barracuda, stopp. Halt, Fischpolizei. Sie müssen was helfen. Weißt, was hier noch fehlt? Was? An den Palmen müssten Kokosnüsse sein. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Und Bananen und sowas hier. Ja, das ist wohl wahr. Oh, jetzt ist meine Stamina am Ende. Danke, Delfi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht ein Viech, was Primey mitgibt. Ja. Ich bin vor, das wäre ein Rudelhaie gewesen, ey. Und klar, man stürzt sich ins Wasser und gibt ihm einfach mal so Fleisch aus der Hand. Ja. Das wäre übel. Sei doch mal nicht so schnell im Wasser, Delfin. Da hinten ein Vogelspack voll ab, ey. Ja, der fliegt mir hinterher. Ja. Okay, dann müssen wir halt Delfin-Springer machen. Das habe ich auch gemacht. Oh, nice. Du, der ist nett. Oh, der ist auch fast fertig. Das könnte gut klappen. Hopi, hopi, hopi habe ich für euch. Hopi, hopi. Mensch, den hast du jetzt gekriegt.